Mit jedem Tag steigt die Vorfreude bei Lukas Kuntermann. Der Güstrower wird an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teilnehmen. Nicht als aktiver Sportler, sondern als Jugendbotschafter von Mecklenburg-Vorpommern. In der Zeitung hatte der 18-Jährige eine Aufforderung entdeckt, sich für ein Stipendium zu bewerben. Unter knapp 30 Interessenten wurden Lukas Kuntermann und die Schweriner Seglerin Sophie Schöne ausgewählt. In Schwerin erhielten sie das Stipendium aus den Händen von Ministerpräsident Erwin Sellering, der den beiden eine gute Zeit in Brasilien wünschte. Lukas erläutert einige Aufgaben, die ihn in Rio erwarten. Wir reisen am 4. August hin, sodass wir am 5. da sind. Dann artiklamisieren wir uns erstmal, gucken uns das Land an. Abends ist geplant, am BIMA die Öffnungsfeier zu schauen. Ziel dieser Reise ist es einmal, dass wir das Land Brasilien kennenlernen, die Stadt Rio, uns mit der Kultur auseinandersetzen, die Kinder kennenlernen, wie die dort leben, was auf die Stadt Rio durch Olympia für Probleme gekommen sind, wie es alles gelöst wurde. Daneben stehen Besuche von Sportveranstaltungen, Visiten im Deutschen Haus und Gespräche mit Sportfunktionären und Sportlern auf seinem Plan. Vielleicht gelingt es dem jungen Mann, der eben die 11. Klasse im Jon-Brinkmann-Gymnasium abgeschlossen hat, auch mit Radsportlern ins Gespräch zu kommen. Denn Lukas ist begeisterter Radsportler und startet für das Radsportteam Dassow. In der Woche trainiert er meist allein in Güstrow und Umgebung. Auch in Rio muss sich Lukas fit halten. Denn unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Brasilien steht die Teilnahme an den deutschen Bahnmeisterschaften in Cottbus in seinem Plan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017